Hi, ich bin die Leila. Herzlich Willkommen in unserer Hochschule, der Hochschule für Seniors in München. Hi, ich bin Konsti und wir nehmen dich heute mit auf eine kleine Campus-Tour und zeigen dir, wie es sich anfühlt, in der Weltstadt München zu studieren. Die Inhalte bei uns bereiten dich perfekt auf deinen Job vor, damit du direkt deine Karriere starten kannst. Auch Praktischerfahrung kannst du bei einem unserer zahlreichen Kooperationspartnern sammeln. Mama? Ja, ciao. Mach's gut. Ciao. Unser moderner Campus ist seit 2008 in Schwabing zu Hause. Hier kannst du berufsbegleitend oder in Vollzeit Master- und Bachelorstudiengänge belegen. Kleine Lerngruppen sorgen für ideale Studienbedingungen und persönlichen Kontakt zu deinen Dozenten. Die moderne Bibliothek bietet dir Wissen aus erster Hand. Das ist unsere Cafeteria. Hier verbringt man entspannt seine Pause mit den Kommilitonen. Schaut euch doch mal um! Auf dem modernen Campus werden dir viele Gelegenheiten für den Austausch mit deinen Kommilitonen geboten. Musik 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 Musik